Bereiten Sie sich auf das Kommende vor, denn der Wettbewerb beim Eintracht Frankfurt wird epische Ausmaße annehmen. Sie werden nicht glauben, was in diesem Video auf Sie zukommt. Bleiben Sie bis zum Ende dabei, um keine Einzelheit dieses aufregenden Updates zu verpassen. Adler Träger, bevor ich Ihnen alles erzähle, wenn Sie Eintracht lieben, geben Sie diesem Video ein Like, um die wichtigsten Hintergrundinformationen über unseren geliebten Verein zu erhalten. Eintracht Frankfurt hatte schon immer einen talentierten Kader, aber jetzt, nach dem Abgang einiger Schlüsselspieler, ist der Kampf um einen Platz in der Startaufstellung härter als je zuvor. Möchten Sie wissen, wer um diese Positionen kämpft? Bleiben Sie dran! Zuerst haben wir Tuta, den Brasilianer, der in der letzten Saison Höhen und Tiefen durchgemacht hat, aber jetzt scheint er wieder in Topform zu sein. Er wird mit Smoli um seinen Platz kämpfen, und der Kampf verspricht intensiv zu werden. Aber glauben Sie mir, es gibt noch mehr! Im Mittelfeld und auf der rechten Seite kämpfen drei Spieler um einen Platz, Sebastian Rode, Hugo Larsson und Aurelio Buta. Jeder von ihnen bringt seine eigenen Fähigkeiten und einzigartigen Eigenschaften ins Spiel, was diesen Wettbewerb noch aufregender macht. Buta, mit seiner Erfahrung auf der rechten Seite, Larsson, der Energie und Dynamik ins Spiel bringt, und Rode mit seiner Fähigkeit im Mittelfeld. Ibimbe ist ebenfalls ein vielseitiges Puzzleteil, das bei Bedarf auf die rechte Seite wechseln kann. Bisher hatten diese Spieler nur eine Gelegenheit, in der Bundesliga zu starten, daher ist der Wettbewerb erst am Anfang. Adler Träger, erzählen Sie mir in den Kommentaren. Glauben Sie, dass diese strategische Position dem Eintracht gute Ergebnisse und Leistungen auf dem Feld bescheren wird? Ja oder nein? Vergessen Sie nicht, ein Like zu hinterlassen, um Ihre Unterstützung und Liebe für unseren Verein zu zeigen, und abonnieren Sie, um keine wichtigen Updates zu verpassen. Bleiben Sie dran für aufregende Neuigkeiten, die wir für Sie vorbereiten. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.